Ja, dann sind wir gleich zu mir. Was ist das für ein Serum? Das gefällt mir schon wieder alles nicht. Nee, mir auch nicht. Mach mir keine Freude. Headshot it. Oh, net. Splend Default. Well done, well done. Ich hatte gerade hinten nicht für eine Sekunde. Ist okay. Ich brauche noch. Ich brauche noch. Spide und Side. Beide und Side. Ja. Schön. Let's do Screens. Die Wand drauf bleibt. Oh, uns hat schon. Flawless. Eins bis zwei. Vier. Ich bin Solo. Ja, ich habe schon Platz. Deswegen war es auf dem Wochenende so. Kein Problem. Das ist die Wand, weil ihr vorne seid. Pananda Yellow. Junge. Die liebe 60er Fizz. Halt die mich noch drauf? Oh, einer irgendwo close. Einer behind. Achim hat den. Achim hat den. Nice. Noch einer. Letzter Snowman. Der kommt zu dir, Angelo. Letzter Snowman. Schön gemacht. Bei den Eco-Frax kann man nichts hineinsagen. Aber, ja. Ja, Benni fragt gerade, ob wir auch öfter mal irgendwelche Probleme haben mit dem Game. So, dass Fähigkeit nicht funktionieren. Das haben wir super oft in letzter Zeit, oder? Äh. Ich habe das Gefühl gerade nicht. Äh. Okay. Und die etwa auf Spreenies runter. Äh, bei mir ist es mit Viper-Ulti auch. Der Box geht immer nicht. Never work. Unten, unten, unten. Und oben. Einer und einer oben. Ja. Oh, sorry. Backside. Hier fühlt sich auf Dread und 133 auf Fake. Schön. Schade. Oh, mein Gott. Ey, ach, Gottes Willen, ey. Ey, das Hammer fühlt sich furchtbar an. Ja. Das war bei, äh, The Vinesore. Da stand, ich habe das Kleingedruckte gelesen. Und ich so, oh, wow. Hm. Nach 1 Stunde 50 Minuten Pause ist bei mir jetzt noch nicht drin gewesen. Mhm. Das habe ich schon irgendwie 7 Stunden hinter mir gehabt. Ich glaube, der war Decoil, oder? Da ist auf jeden Fall ein Armbot. Bei, ja. Bei der Drohne. Links Elbow. Zwei Backside. Zwei Backside. Direkt vor dir Achim ist der Ball am Bord. Links. Oh mein Gott, der ist ja weit oben. Toll, der eine ist runtergefahren. Oh, das timing. Alter, Crunchy. Yes, thank you. Und ein Screen noch? Ja. Aber auch da. Mitte. Mitte. Alter, Crunchy ist einfach besser, Mann. Alter, was ist denn das? 100 FPS? Was soll das? Der erste Schuss auf der Jet war nice. Aber der Rest war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich besseres Erlebnis als hier. Ja. Oh, das ist der Operator. Nee, nee. Da ist der Operator und noch einer hinter ihr. Ich gehe da einfach nicht hin. Ach, Mann. Ja, es tut mir leid, dass so viele Leute so Schwierigkeiten mit dem Spiel gerade haben. Aber es ist leider normal am Ende. Also, mit normal meine ich, dass es uns allen so geht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist... Es geht uns allen so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum X-Defined gerade so einen riesengroßen Andrang hat, dass jeder dieses Spiel spielen möchte. Weil... X-Defined interessiert nicht, was für einen Rang du hast. Du spielst einfach casual rein und hast Spaß. Spielst geile Runden. Ich meine, ja, es wird auch einen Rank-Mode geben, aber... Mal gucken. Mal schauen. Ich... Lass mich überraschen. Wollen wir mal eine Umfrage machen? Äh, Diamant King? Wer... Oder Nana? Könntest du, Nana, könntest du vielleicht die Umfrage machen? Und zwar... Glaubt ihr, dass der Primär-Modus Valorant verbessert? Oben und unten? Schön. Hier oben. Hier oben. Oh. Wie lange hält denn das Wasser? Äh, hinter? Die, die impressed gerne. Ich kenne sie Whalay-Modular. Wie? Ich kenne sie schi-Modular-Modular. Turme-Modular. Ich kenne sie schi-Modular. Die, die Schi-Modular. ich hab ein bisschen zeit rausgeholt mehr ging leider nicht sowohl als auch geht er miteinander her aber ich denke mentales problem ist ja er mit depressionen verknüpft als der mentalität gegenüber ja das stimmt schon da gebe ich dir recht ja 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 danke hinter euch ich glaube auch da ich gehe bei uns hallo machst du die best agent pro mep tierlich nächsten akt ich mach das ich glaube nicht dankeschön ag auf jeden fall machst du die best agent pro tillis zum nächsten akt mache ich ag ich weiß ich weiß ich habe ich weiß ich habe es versprochen aber ich finde wirklich metawise ist so wenig passiert auf wird auf jeden fall noch nachgeholt versprochen schön gespielt man rechts liegt zwei in kopf einen fuß auf geht's mal lieber können wir schnell können wir schnell auf wie man an der mittel bitte bitte auch man genau jetzt wo ich die smoke ey was ist denn das? wie dieser fps? brennen einfach irgendwo yellow neeeh hier hinten irgendwo muss pavor sein der ist runter gefangen glaube ich der war oben drin ne ja moin alter geh mir nicht auf den schenkel du das ist nicht mehr feierlich was ist denn mit dem server los? wie soll ich meine weitere ulti spielen den fps einbrüchen? einer hier glaube ich aber ihr habt einen platz da hinten ja wir haben super viel platz gar kein problem ganz schlechte ulti schön ah wobei crunchy du bleibst in deiner ulti ne? ja ja ich bleib in deiner ulti ein enemy remaining direkt vor mir die ist hier vorne jawoll harmbar harmbar schön also schön dass du da drinnen geblieben bist ey das wird den fps nicht mehr feierlich ja gut ja was hast du noch deine alte? oh ne ich 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 Hilfe ah ah mein pantasch danke für deine 16 monate vielen lieben dank man alter die jet respektiert mich gar nicht bruder der ist egal ob ich da sachen mache oder nicht das ist der maximale disrespect was die da mit mir macht ist gut schau zu uns ich geh mal ein bisschen nach hinten wieder ja dann ey was vor allem leute ich schieße 10-6 das siehst du nicht ich gehe in den kampf die drückt mir einfach dinger das ist das ist das ist unfassbar ich habe lineups nachdem du aktiviert hast hm ja ich gehe raus willst du ulken mit omen? einfach nur um Infos zu sammeln oh mein gott das ist das lineups kommt nicht an meins doch kommt dann ja das sah voll daneben aus müsste reichen da ich bin aber auch nein ja schöne runde die war richtig gut hat so viel spaß gemacht doch aching zuzuschauen gerade ach halt die guck mir bloß nicht mehr zu es ist so wild ich hebel nur noch das ist unglaublich hier äh die äh bubble also die utill die kommt hier an und plätscht dann hier komplett alles auf okay ja ne ich sah nur soweit vorne aus aber kann auch sein dass ich mich gehört hab aber wollen wir nochmal b gehen ja der gut funktioniert die ist auch fixel genau okay vor allem nana der arme achim hat er verdient ja okay gut einfach so einfach so beides so ja rettern achim meine tochter hat vorhin für mich gespielt dessen war ich so gut gar nicht selber gespielt deine tochter ist war doch Profi naja klar irgendwie muss ja das geld nach hause kommen die muss mir Porsche spendieren was soll denn das jetzt also wenn sie nochmal zur PU springen lassen kann brauch mal ne neue die ist on side on side oh Achtung achim was passiert mit dem Glibber ich hab den YouTube ich hab den one shot den Glibber ich wusste das nie dachte immer so der macht ne also hier hier und da oh das ist scheiße für mich jetzt ne nein wir haben wir haben noch server ulti theoretisch einer könnte links kommen links kommt einer das war mein Bett ich hab keinen getroffen aber 7-3 7-3 easy jetzt traf ich aber endlich mal den Molly von dem werde ich dann aber auch machen ja da ist sie die ist da oben ich hab sie gezeigt ja schön weil du einfach besser bist jetzt hab ich dich geflasht sorry oh ich bin ich bin nano ja ich bleibe ich hab oh Legende Crunchy so eine Legende oh mein 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 das tut mir so leid ich hab mich direkt entschuldigt mit mit gleich Mitte diekeit paar Probleme pass auf dich auf oh mein Gott oh mein Gott ja hast recht Kildjot war es okay Gold down Kildjot und Gekko fight a snowman an Lakko ich muss um die Ecke Fuse, defuse, defuse. Oh mein Gott, zwei Flächen nochmal auf Hilltoy. Ich mein Molly. Bist nicht am defuse? Bitte, was? Moment. Es lag so hart. Ich muss raus. Nein. Haben wir. Was für eine Runde. Die ganzen Calls. Es lag, ich seh dich. Oh, ich liebe es. Ich bin gestunnt, Hilfe. Wir können dir nicht helfen. Das ganze Spiel ist so eine Katastrophe. Jeder für sich. Ich lese gerade ein Artikel. Klimaaktivisten wollen Berlin unbefristet lahmlegen. Da bin ich aber gespannt. Dem würde ich fünfmal über den Fuß fahren, wenn ich Autofahrer wäre. Da gäbe es schon ganz viele Probleme, was das betrifft. Ich bin mir nicht sicher, ich bin blind. Sind? Ja, sind durch, sind durch, sind durch. Sind noch ein Zeit. Ich bin schon. Wieder mein Endgegner. So, ich lese das gerade mal ganz kurz. Polizei hält sich bedeckt. Kritik auf breiter Seite. Die Grundhaltung der Gruppe sei jedoch, auf aktive Gewalt zu verzichten. Blockaden. Oh, schön. Alter. Die Shots waren aber richtig lecker, Diggi. Alter. Wenn du jetzt lügst, dann hau ich dich. Nee, jetzt hau ich dich. Die war voll lost, Alter. Tun mir leid. Hättest du mal ne Fähigkeit gehabt, Achim. Hätt ich mal deine Fähigkeit gehabt. Ja. Nee. Also ich hab nur ne Shorty. Oh. Last Player standing. Mit der Shorty. Oh, scheiße. Ich würde das Spiel halt mehr enjoyen, wenn es halt wirklich gar keine Fähigkeiten gibt, die Damage machen. Ich kann ja auch CSGO spielen. Ja. Wird ja. Ja, why not. Ich würde Achim kein Donut geben. B, B, B. Diese Doping Donuts, Alter. Ich ping Omen. Ich ping Omen. Da, geh hin dann mit deiner Ulti. Was mach ich? Hab auch nen Headshot. Wie lang einer? Einmal wie lang. Oh, Mama. Ich smoke her und dann können wir rauf. Ich die Füße. Oben. Oben. Oh, scheiße. Der ist der Beste. 40. Nice. Machen wir. Ich hab den in den Fuß geschossen. Obwohl ich nur den Kopf sehe. Das verstehe ich halt auch immer nicht. Ich sehe manchmal nur den Kopf und dann wird es trotzdem ein Bodyshot. Wie keiner sagt. Warum kostet ein Skin, der einfach gar keine Animation hat, aber ein neues Feature. Warum kostet er 70 Euro? 30 Euro. Ja, es war nur ein 3. Es wird A. Es ist A. Es wird A. Oder Mitte. Ja. War A. Mitte ist noch nix. Bist du schon durch? Sehr schön. Ich kann nicht hier, bitte. Machen wir ja gar nicht. Ich muss dann. Boah, alle. Bitte. Ah ne, ich brauche nicht mehr. Also sie haben Richtung B, weil sie waren jetzt unterwegs. Ja. Maaan. Hab auch fast tot. Ja, die planten B, glaube ich. Jetzt. Boah, geil, Kelloggs. Moin, Napf, Napf. Wie geht's? Ich glaube, einer close, oder? Yellow vielleicht? Wir haben nicht den Spike. Yellow, yellow. Yellow. Komm schon. Was machen sie denn? Hier ist hier drüben. Einer ist stuck, oder nicht? Ja, einer ist stuck. Der andere plantet A, oder was? Ja, scheiße. Oh, schön. Crunchy. Duldig. Ja, ich muss eigentlich nicht. Ja, folg mich. Nice, richtig gut. Wir sind aber auch besser. Schleile Frisur, ich danke dir, Napf. Danke dir. Ähm, Tower of God. Ist das gut, ja? Ich finde es gut. So, der Leveling kommt dieses Jahr noch. Ist ja gut. Ja. Ähm, Steinskate ist gut. Schön. 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 Ich hoffe, wir sind mad. Einer, einer Welt oben. Einer Welt. Äh, Wassermann kommt hier auch. Beide hier. One Punch Man habe ich gesehen, ja. Schön Crunchy. Oder links war der letzte eigentlich? Ist er weg, oder war das der? Ne, der oben ist er. Oh mein Gott, der war doch da. Ich kann ihn nicht sehen. Ey, das gibt es doch nicht. Also drauf angelegt. Immer nach oben. Warte auf jeden. Ne, der hat gerade, der ist ja im Stock gerade in der Ecke. Der macht einen perfekt. Alter, wirklich. Krieg hier Kellen. Hast du einen Dart irgendwann? Jetzt. Das kommt doch. Moin Moin Jackie, schön, dass du da bist. Hell's Paradise sagt mir gerade gar nichts. Neon Genesis Evangelion habe ich gesehen, ja. Aber der Zeichner hat, ja, war ja krank. Auf ewig. Hunter Hunter ist gut. Man sagt Hunter Hunter. Man sagt Hunter Hunter. Okay. Äh, ganz viel hier bei mir. Ganz viel bei mir. Ja. Aber ich finde den gut. Ein bisschen komisch, aber... Ein bisschen komisch. Ja, Anime halt. Voll geschlagen. Äh, ich weiß. Hä, dein Dings hat auch geschlagen auf A, oder nicht? Oh, what? Die planten auch hier. Die muss klar, ja, schau ich aktuell nicht, weil mir... Ähm... Äh... Mir fehlt... Der Anreiz, das klingt vielleicht ganz blöd. Ähm... Ich finde die Story nicht compelling genug. Irgendwie. Ich finde, Demon Slayer sieht großartig aus. Aber... Es gibt mir nicht so richtig was, irgendwie. Also, ich fand es geil, dass ich es geguckt habe, aber... Es gibt ganz viele Animes, die mich halt mehr fesseln, irgendwie. Stimmt, Tujutsu Kai, es gibt nur zwei Staffeln, glaube ich, ne? Ah, da. Ah, ich hätte die Jet töten müssen. I'm sorry. Aber ich bin um Zeit gegangen. Ich dachte, wir würden nicht schnell genug um... Tokio Ghoul habe ich noch nicht gesehen. Oh, hier oben? Die ist unten. Ja, die pushen auch. Na, kommt was, glaube ich. Ey, ich hasse die Jet. Jetzt in Mitte oben. Also, ich verliere jedes Duell. Die Jet ist besser als ich gerade in dem Match. Sie ist einfach besser. Blue Lock ist sehenswert, wenn man Sport-Animes mag. Wird mir auch, glaube ich, immer empfohlen, tatsächlich. Also, ganz, ganz oft habe ich es auch auf meiner... Auf meiner For You-Page quasi. Oh, ich habe was im Auge, Alter. Oh, eine aus Kitchen. Treffst du nicht? Schade und Physik. Ja, schade. Keine Ahnung, was das ist. Es ist Physik. Ja, es ist Physik. Es sind so Polygone, die... Ich hasse es. Es müsste doch theoretisch nach rechts stoppen. Ja, müsste es auch. Ja, aber es ist irgendwie keine gerade Wand, deswegen... Also, kein geradees... Black Clover schaue ich gerade ordnen. Ich bin bei Folge 108, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das A wäre. B, B, B. Die nerven mich. Keiner Mitte. Einer Mitte. Keiner, keiner. Okay, okay. Oh, ja. Banty auf B. Also, jetzt noch Flash. Flash. 55 auf Jet nur. Aber die Ulti von Harbour ist weg. Ja, cool. Komm auf 55 auf Jet. Oh. Oh. Okay. Stark. Sonst kann einer noch mit rüber spielen eigentlich. Ich glaube, ich habe einen B-Stype gehört gerade. Nee, komm mal wieder. Nee, ja. A, Wabob. Ich komm. Überall holte ich für Retake. Gehen zu und close. Digga, was ist das passiert? Zwei auf B. Jet. Scheiße. Wollte ich vielleicht noch um? Oh, die ist 148 auf Jet. Ey, ich hasse das Spiel. Wer spielt denn so eine Kacke? Die Jet war irgendwo. Nee. Die war beim Spike halt. Oh, mein Gott. Shit, redet vor mir. Fuck. Ist jetzt Snowman. Hannah, Yellow. Fade ist Yellow. Eine Snowman. Oh, von Snowman, Snowman. Achso. Unlucky. Nichts A aktuell. Bei mir einer. Mitte, Mitte. Zwei Mitte. Du war tief. Hier. Oh, die Cam... Ich hab die nicht gesehen. Das war mal bad. Die gehen in B. Das ist ein B-Commitment. Right here. Ist der in Yellow? Right here. Plant mit Wingman jetzt. Ich muss einfach Yellow, irgendjemand rauszunehmen. Ich bin der Hunter. Sende Default. Freigetag. Hat er einen Schotter? Yellow. Eine der linken Seite. Oh mein, ich bin... Winnerball, Winnerball. Ihr habt Zeit. Tschüss. Die gehen back. Die gehen back. Ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit. Und ihr... Äh... Spike. Ja, die haben den Spike. Aber der ist noch nicht... Immer noch da. Er langs. Der war auch da. Er langs. Jawoll. Klopp. GGs. Richtig gut, Mann. Auf geht's. Das war wirklich ein geiles und anstrengendes Match, Mann. Not gonna lie.